So Büros herzlich willkommen zum Test der Funke Duplex Cracker. Sehr schöne große Batterie von Funke. Hier können wir mal noch sehen, 30 Euro das Ding gekostet. Ist ja eine reine Cracking-Batterie. NEM hat das gutes Stück hier auch. 500 Gramm NEM, also wirklich sehr gut ausgereiht vom Funke. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie das Ding live rüberkommt. Und dann sehen wir uns jetzt gleich draußen beim Test. Viel Spaß! 7kg 8kg 10kg 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 11kg aula Ah, ich glaube, das ist ein geiles Teil. Ah, ich glaube, das ist ein geiles Teil. Ah, ich glaube, das ist ein geiles Teil.